willkommen bei left for dead 2 mit lüg mich nicht an fuber lp und schnorrer sind noch gesund und die rutsche rastet gleich wieder aus hier die fenster zerschließen und headshots machen wo ich gehe mit coach noch eine runde ins bett hier will ich nicht bleiben ganz unter männer apokalypse muss man sowas halt tun hier ist noch hier 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 ist ein Molotov! Ey, der macht mir eine Schuhe zu. Achso, größer. Das ist ein Buback. Das ist so. Das können wir doch. Oh, Bande! Oh, Bande! Boah, überall leicht. Schon besser. Kommt rein! Kommt rein! Kommt rein! Ich lade nach. Ah, gut. Habt den Job hier. Ja, ist gut. Kommt rein! Der König der Welt! Es ist nur eine Axt, falls du sowas brauchst. Oh, Munition! Und eine Rohrbombe. Der Axt! Ich hab ihn mal weggeheißt. Ich hab ihn mal weggeheißt. Axta und Jockey, die kriegen mich auch jedes Mal. Äh, Tank. Schwenk! Wo? Schwenk! Hast du? Ist der Molo? Da! Ja! Granate! Hier! Ups! Lade nach! Lade nach! Lade nach! Da oben ist er. Da oben ist er. Ui! Vielleicht mal verortzen. Lade nach! Genial ja! Na jetzt! Dann hört man ja auch gleich eben. Und wo ist wieder ein Boomer? Hier ist wieder eine Rohrbombe noch rum zu machen. Symp. war ja nicht auch noch ein spital lade nach weiter hochgehen das war gar nicht lang ich sollte nur die pillen holen hattest du nicht am anfang so viele bist du untergefallen oder rüberspringen aber was macht denn alles was sind das hier ich die auch immer finde ja du hörst sie und dann gehst du mal gucken verdammt 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 raster aus so ein teamspiel von dem kannst du eh nix schnoren aber hier liegen auch nur sniperwaffen hier auch so viel bringen wir auf so ein der kommt auf uns aber wenig gerade lassen sie die brücke runter ich habe nichts zu werfen ich mach mal ich glaube da kommt ich glaube da kommt ein charger ich habe keine ahnung Oh, na super. Hättest du dich nicht muten können? Oh, na super. Oh, na super. Der wieder bin ich gerade. Der ist wahrscheinlich nicht mehr. Oh, der ist nicht mehr. Ja, ich glaube, wir müssen mal auf Alice warten. Hast du gehört? Ja, und? Warte doch. Ja, auch mal hin dir ein bisschen helfen. Ach, Mann, wir haben das. Wieste, lebt noch. Bei jedem, guck doch mal. Oh Gott. Oh, Muni. Gehen wir jetzt weiter, oder? Ja. Ich weiß ja nicht, ob die da unendlich kommt. Beinahe so aus. Oh, oh, und wo ist der ein Smoker? Wachen, wachen, hier, wachen. Was kommt da? Hunter. Na, Hunter und Witsch. Guck mal, er sagt Hi. Der ist nett. Oh. Hi. Ich lade nach. Ey, ich seh die auch manchmal überhaupt nicht. Plötzlich sind sie da. Ne, der kam ja auch von hinten, der muss ja in dem Haus. Oh, Witsch. Wie, bei denen sie da fliegen will. Warte, der heilt sich ja. Geht schon viel besser. Ah, da ist er. Ist weit weg, also alles gut. Hier kommt doch schon der Schutzraum her. Aber wie er mal einfach durchrennt. Lade. Lade nach. Jockey, den krieg ich noch. Hopse. Mit rein. Jockey. Genau. Nein. Lade nach. Ah, Puma, Puma, Puma. Ah. Alle rein hier. Juhu. Da kann ich einfach nicht. Ich hab noch erwischt. Juhu. BITTE. BEDANKEBE. TCHÜß. 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 TCHÜß.